Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie die Bündner Berge kennen, dort sind wandern oder Ferien machen, haben Sie bestimmt auch schon Bekanntschaft gemacht mit dem Pizbewerin. Ein imposantes Gebirgsmassiv, womit es im Gipfel auf 2998 Meter über Meer das Gesicht der Landschaft zwischen Domleschk und Safietal prägt. In dieser einzigartigen Region hat die Natur die Voraussetzungen für ein besonders reines Mineralwasser geschaffen. Für Swiss Alpina das Mineralwasser von Gobe. Auf einem jahrelangen Weg abwärts hat das Wasser Kies, Sand und verschiedenste Gesteinschichten langsam durchsickert und dabei einen ganz bestimmten Charakter angenommen. Mit seinem Gehalt an wertvollen Mineralien wie Calcium und Magnesium, mit einer Gesamtmineralisation von über 1285 Milligramm und seiner natürlichen Reinheit ist Swiss Alpina ein ideales Getränk gegen die Durst und für die gesunde Ernährung. 30 Jahre und länger kann es gehen, bis das Wasser, das mal als Schnee oder Regen auf den Pizbewerin gefallen ist, an die Erdoberfläche zurückkommt und dann als Mineralwasser Swiss Alpina gefasst und über geschützte Rohrleitungen in die Abfüllerei weiterpumpet wird. Swiss Alpina gibt es nur bei Gobe. Es gibt es als normal, leger, mit wenig Kohlesäure und naturell, also ohne Kohlesäure. Wir finden, ein solches Mineralwasser müssten eigentlich alle trinken. Und darum offerieren wir es ihnen in den 1,5 Liter PET-Flaschen zum ausserordentlich günstigen Preis von 95 Kronen. Neben den Gobe-Exklusivmarken wie Swiss Alpina kommen sie in unseren Lädern natürlich weiterhin in traditionellen Markenartikeln mit den grossen Namen über. Zu den bekanntesten gehört bestimmt auch das hier. Das neue Fioreto von Lindh. Lassen Sie sich jetzt verführen vom neuen raffinierten Fioreto Kokos. Fioreto Kokos, die neuste Verführung von Lindh. Kommen sie oder kommen sie nicht? Fragt man sich jedes Jahr um diese Zeit in unserer Abteilung Früchte und Gemüse. Und was da mit Spannung erwartet wird, sind die aromatischen Caninos-Aprikosen aus den Obstgärten südlich von Valencia. Dieses Jahr hat das Wetter mitgemacht und wir können ihnen die Aprikosen morgen sogar zum Aktionspreis anbieten. Auch Drami Namrein hat sich schon ganz auf Aprikosen eingestellt. Hier ist sein Rezept. Grüezi miteinander. Es ist ein Quarkstrudel mit Aprikosen. Für einen Strudelteig 125 g Mehl, 2 Esslöffel Öl, einen Preisen Salz und 7 cm Wasser zum glatten Teig verarbeiten. Mit Öl bestreichen und in Klarsichtfolie eine Stunde Ruhe lassen. In der Zwischenzeit fülle ich zubereite aus 200 g Quark, 60 g Zucker, 2 Eigelbe, 1 Esslöffel Vanilledessert, Zitronenschale und 300 g Reife und entsteinte Aprikosen. Jetzt den Strudel auf einem bemehlten Tuch dünn ausziehen. Ein Drittel vom Teig mit der Quarkmasse bestreichen, die Aprikosen drauflegen und einrollen. In einer Gratinform ca. 10 Minuten bei 200 Grad anbachen, dann den Guss darüber verteilen und bei 170 Grad fertig backen. Ich kann Ihnen versichern, dass der Quarkstrudel mit Aprikosen mindestens so gut riecht, wie er hier jetzt aussieht. Das Rezept finden Sie wie immer auf der Teletextseite 555 oder auf unserer Internetadresse. Die Caninos Aprikosen, die Sie für das Rezept brauchen, offerieren wir Ihnen, wie schon erwähnt, zum Aktionspreis. Und zwar kostet 5 kg nur 8,50. Daneben gibt es wie immer weitere interessante Angebote zum Sparen. Granny Smith aus Südafrika kostet per Kilo nur 1,80 und ein feines Kieburgerli nur 1,10. Machi Le Parfait passt gut dazu und ist ab 2 Tauben 1 Franken günstiger. Ausserdem kommen Sie in der Haushaltsabteilung die Pfanneserie Inox. Je nach Grösse 5 bis 8 Franken günstiger rüber. Das macht das Kochen wieder Spass. Und wenn Sie gerne auswärts essen gehen, ohne dass Sie gerade das Vermögen herlegen, gehen Sie doch wieder mal ins Goat-Restaurant. Bouletschnetzels Casimir gibt es dort für nicht mehr als 8,70. Zum Schluss nochmal eine Neuheit. Sie kommt von Goldstar, heisst Cracky und ist auf den ersten Blick nicht mehr als ein ganz gewöhnlicher Eismildklutscher mit Zitronenaroma. Von nahem gesehen kann man aber schnell einmal sein geles Wunder erleben. Und Nicola, was ist das? Danks neuer Kagi. Und wirkt es? Cracky, der neue Eismildklutscher von Goldstar, hat uns an Schluss vom heutigen Coop-Studio gebracht. Ich möchte mich noch bedanken für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Ich möchte mich noch bedanken für die Eismildklutscher von Goldstar,